Hesnul Muslim, Bittgebete aus dem Koran und der Sunna. Bismillahirrahmanirrahim, Fadlu al-Dhikr. Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzigen, Vorzüge des Gedenkens. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Gedenkt meiner, so gedenke ich eurer. Seid mir dankbar und seid nicht undankbar gegen mich. Oh, die ihr glaubt, gedenkt Allahs in häufigem Gedenken. Bismillahirrahmanirrahim, Wa al-Zhakirin allaha kafiran wa al-Zhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzigen, und Allahs viel gedenkende Männer und gedenkende Frauen. Für all sie hat Allah Vergebung und großartigen Lohn bereitet. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen auf ihm, sagte, Das Gleichnis dessen, der seines Herrn gedenkt, und dessen, der seines Herrn nicht gedenkt, ist wie das eines lebenden Geschöpfes und eines Toten. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرربي إليه شبران تقرربي إليه ذراعا وإن تقرربي إليه ذراعا تقرربي إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيتهو هاروالا وإن أتاني يقول الله تعالى أتاني يقول الله تعالى لن أقربي إليه لأنه على هذه المرحلة وأنا Christians س science من إله إليه لأني إليه لأني إليه DAY وأنا صعب نريه أحدث أنا server und auf den Öffnen.